Hallo zusammen, wir sind Corwin aus Basel. Ja, also wir haben hier, wir sind eine ziemlich, manche sagen, wir sind eine ziemlich harte Band. Und so ein bisschen Stoner, Doom, Metal-Style. Und wir haben eine CD rausgebracht, eine wunderschöne mit 10 Tracks drauf. Für gerade mal 5 Franken, aber das ist auch nicht so wichtig, weil ihr könnt sie auch so haben für Lau. Wenn ihr einfach an die unten angeblendete Adresse mailt, schreibt, dann bekommt ihr die auch. Und ja, das Ganze wird gesponsert und veranstaltet von It's the Hard Way.